Bitte, Mama, lass mich das erklären. Lass mich doch in Ruhe darüber reden. Es ist wirklich nicht so, wie du denkst. Ach ja, für mich ist das alles ziemlich eindeutig. Bitte. Mama, ich verspreche dir und Papa, ich werde nie wieder irgendjemanden im Internet mobben. Bitte, das hättest du dir vorher überlegen sollen. Bevor du angefangen hast, rumzuerzählen, du wärst Gott, andere YouTuber zu mobben und sich über sie lustig zu machen. Keine Schlampe. Nein, warte. Ich liebe sie. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich rufe jetzt die Polizei an. Natürlich. Nur der Anruf beantwortet, das ist so eine Scheiße. Hier spricht die Mutter von Bella the Wolf. Kommen Sie bitte und holen Sie unser Kind ab.